Meine lieben Minecraft-Freunde, moin moin, wir machen weiter, wir brauchen, ähm, Essen, ne? Wir brauchen ein bisschen Essen, ein bisschen Essen, wir können auch die Kohle hier mal abbauen. Ach ja, schön, hab ich schon in der letzten Folge gesagt, ne? Ach ja, schön, ein bisschen Minecraft spielen. Ach, das freut mich. Jo, auf dem Plan, ne? Sagte ich ja gerade schon, Essen, ne? Ein bisschen Essen. Feldanlegen und so. Aber wir machen gerade mal hier ein bisschen Platz. Wir bauen auch kein Haus erstmal, ne? Wir bauen erstmal hier so, dass wir vielleicht das Spiel als Lager nehmen hier. Mal gucken. So, ich würde sagen, wir machen so lange, bis die Spitzhacke kaputt geht. Aber dann müssen wir auch, nee, Essen ist mir wichtiger, ne? Wir brauchen, ähm... Also wir haben ja Essen, aber müssen vorsorgen. Oh, das, na, wie das jetzt eigentlich steht, ist momentan sowieso, ehrlich, wurscht. Das ist sowas von wurscht. Ach komm, wir packen den nie mal, ey, das... Ach komm. Ich weiß nicht, wohin, eigentlich, eigentlich ist das ja... Eigentlich ist das egal. Es ist egal. Jo, wir haben ja Holz, die Kohle werden wir sparen. Ähm, na, draußen haben wir ja so viel Holz, hm? Ähm, ja... Was wollte ich denn? Achso. Ne, wir können doch direkt... ...die Holzkohle machen, ne? Holzkohle... Holz wird natürlich... Also einiges verschwendet, aber... Guck mal hier, jetzt haben wir eine schöne Holzkohle. Wunderbar. Ich finde den Ton ein bisschen... Option... Ähm... Musikgeräusche ist auch auf 15. Gesamtlautstärke 15. Hatte ich den immer auf 15? Findet ihr das ein bisschen leise? Oder passt er? Ich glaube, das passt, ne? Man, ich hatte den immer auf 15. Auf 15, auf 15 Prozent. Sonst mache ich mal Rückmeldung. Gib mal Rückmeldung, wenn euch der Sound zu leise sein sollte. Momentan habe ich auch keine Musik im Hintergrund laufen. Wollt ihr wieder Musik haben? Gib mal gerne ein bisschen Feedback, ein bisschen Rückmeldung. Ihr müsst ja auch was zu tun haben, ne? Schön in den Kommentaren ein bisschen Spam, ein bisschen was schreiben. Nicht, dass der Bereich so leer ist. Wieso? Wir sind ja, wisst ihr, wir sind ja alle zusammen hier. Vor allem gesund. Ganz wichtig, gesund. So, wir nehmen die Kohle hier noch raus. Ach, von der Decke muss ich... Gehe ich ein weiter hoch wäre blöd. Wir müssten eigentlich ein weiter runter. Aber wir wollen hier erstmal wegen Essen. Bin ich schon wieder hier. So. Wegen... Machen wir nochmal die beiden. So, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, bis die neueste Version von Minecraft rauskommt. Kommt überhaupt direkt die 17er Version raus? Oder kommt da vorher noch was raus? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mich da irgendwie nochmal schlau machen. Hab mich ja... Hab gestern nochmal nachgeschaut. Ähm... Ja, seit... Seit Mai hab ich kein Minecraft mehr gespielt. Boah, ist so ein halbes Jahr, ne? Halleluja. Halleluja. Ich weiß gar nicht warum. Minecraft ist doch wunderbar. Ich weiß nicht warum. Und ich hab schon wieder was vergessen. Ich hab schon wieder vergessen, den Timer zu starten. Ich bin ja wieder... Ach ja, das Alter, ne? Man kennt's. Rohe Schweinefleisch. Ach... Moment mal. So war das, ne? Bisschen unten. Ach, schön. Das sieht doch schön aus hier, ne? Ja. Warten wir mal mal... Ja, wir warten mal, bis das so leicht so durch ist. Da dürfte gleich schon durch sein, ne? Ist schon durch. Schauen wir das hier rein. Und ja hier, dann machen wir das Feuer in der Hitze. Oder solange das Ofen da brennt und... Äh... Zündel... Zündel... Brennt. Solange der Ofen noch heiß ist. Sagen wir mal so. Oh, ne Kiste, ne? Da könnte man ne Kiste... Aber ich muss eigentlich hier ein bisschen ausbauen noch. Aber ich könnte mal das schon essen hier, komm. Okay, jetzt sind wir wieder wohlgenährt. Schön, wir essen, ist gesorgt. Haben wir da schon mal ein bisschen essen? Wir müssen draußen auch noch anpflanzen. Gehen wir ein weiter runter? Müssen wir einen höher? Was? What? Warum? Wir könnten noch einen höher. Aller sieht's blöd aus. Ich möchte dann eher... Ne, ne, einen höher... Die Bäume da oben möchte ich schon lassen. Ich hab keine Rüstung, ne? Ich sollte mal da... Ich... Ich möchte ein weiterer Runde. Dann müssen wir gleich nochmal ein neues Werkzeug herstellen. Kräften bauen. Wie auch immer. Ein bisschen Holz haben wir ja noch, ne? Oh. Schla... Okay, wir können auch schlafen. Ich wollte... Wollte ich zwar nicht, aber... Haben wir das auch gemacht? Haben wir geschlafen? Achso, genau. Ähm... So. Da. Ach, jetzt weiß ich was. Hier machen wir denn mal zwei. 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 Okay. Ich find das ein bisschen leise. Ganz ehrlich. Ich warte mal auf eure Rückmeldung. So. Es ist hell. Wir können raus. Aber hier... Die ganze Zeit hier drin. Man soll ja ein bisschen auch draußen sich bewegen. Vor allem jetzt, ne? Ähm... Stein brauchen wir auch ein bisschen. Das nehmen wir auch hier als Lager. Ich würde sagen, als Lagerraum. Ich würde sagen, wir gehen auch noch ein tiefer. Da wollen wir oben gar nichts wegnehmen. Aber wegen der Decke. Eine Decke. Wir könnten noch einen höher, glaube ich. Oder? Machen wir Holz oder machen wir kein Holz als Decke da? Also da oben. Ist auch ein bisschen feucht hier, ne? Vielleicht die Wände aus Holz. Ich würde sagen, die Wände machen wir aus Holz. Die Decke machen wir nochmal mit Koppel, ne? Also mit Bruchstein. Wir müssen noch weiter, wir müssen da noch weiter herein. Es gibt so viel, gerade wenn wir auf dem Plan haben. Wenn man so neu anfängt, dann hast du auch jede Menge zu erledigen. Oh, das können die stundenlang machen hier. So, also hier stundenlang Klötzchen... Klötzchen kloppen. Okay, nehmen wir das auch nochmal mit der Erde da weg. Den nehmen wir auch noch weg. So, das Bett droppt natürlich. Nicht? Okay, warum droppt das Bett nicht? Das ist doch sonst getroppt. Bleibt das neuerdings auch in der Luft hängen? Cool, wusste ich nicht. Das war doch nicht immer so. Das war doch... Nee. Oder war das hier vielleicht mit dem... Na, Crafting Table... Tisch da, Werkbank... ...verbunden ist, dass es nicht droppt. Wenn ich das jetzt abbaue, droppt das Bett. Bin ja neugierig. Ist das, was wir wissen? Nein, der droppt nicht. Bleibt das Bett alleine die Luft hängen? Okay. Aber das war doch... Nee, das Bett ist doch sonst immer gedroppt. Hm. So, Schweinchen grunzt auch die ganze Zeit vor sich hin da hinten. So, was hatten wir gesagt oben mit Koppel? Machen wir... Ja, ich denke, wir machen Stufen, ne? Stufen... Oder Treppen. Warte mal, gerade mal überlegen. Treppen... Doch einmal Treppen drumrum, ne? Und dann vielleicht... Nee, dann müssen wir... Ne, einmal Treppen rum... Und dann die Stufen... So, das ist natürlich... Symmetrisch... Der muss ja nicht symmetrisch hier, ne? Okay... Ähm... Das ist ja nur ein Lagerraum, ne? Das habe ich natürlich... Wir haben draußen noch ein Table, glaube ich. Also Werkbank. So, Vorsicht wegen Creeper. Das ist doch ein Schwein, ne? Achso, wir können uns ja auch mal ein besseres... Ein besseres Schwertkräften... Pferdchen, sind die schon groß geworden hier? Die beim letzten Mal... Ja, ich glaube, die sind schon, ne? Die sind schon gewachsen. Die sind nicht mehr klein. Die jungen Jahre sind schon... Ach ja, wir wollten ja da hinten... Da, okay. Wenn ich rauskomme, links... Okay, das machen wir heute noch nicht. Die Bäume lassen wir... Oh, guck mal, hier habe ich wieder gefurscht, ne? Da habe ich schon wieder gefurscht. So nicht. Okay, wir können ja eigentlich... Da vorne haben wir kein Holz. Hier können wir ein bisschen Holz wegnehmen. Den lassen wir mal stehen. Wenn den mal... Was ein bisschen zu dicht zusammensteht, nehmen wir hier mal was weg. So... Das ist auch noch ein Schwein. Hier haben wir Birke. Okay. Oh, danke fürs Ei. Sehr schön. Deswegen will ich auch nicht unbedingt die ganzen Hühner hier, ne? Die müssen hier... Also nicht die Hühner alle umbringen, weil die Droppen... Die Droppen... Die legen natürlich ab und zu mal... Ein schönes Ei. Dann machen wir das doch in der nächsten Folge, ne? Mit dem Feld anlegen, mit Essen. Erste Essen haben wir ja schon. Guck mal, haben wir hier... Gibt es auch runter. Ich hätte ja wieder Lust, hier sowas zu platzieren, ne? Dahinten haben wir ja schon einen. So. Sieht natürlich erstmal nicht schön aus, aber ich weiß dann, da muss ich nochmal hin. Da muss ich dann gucken, weil ich vergiss das ja immer. Das sieht auch nicht schön aus hier, ne? Das kommt weg hier. Also der Baum muss dann weg. Können wir ja auch da noch ein bisschen... die Erde wegnehmen. Das sieht nämlich auch nicht so schön aus. Der Baum hier... Naja, was ist... Alles wild und verwuchert hier. Das ist... Nee, nee, das ist nicht so... Nee. Ab wo soll man eigentlich verlassen? Ist ja Natur, ne? Einfach mal wachsen und wuchern lassen, wie im Real Life auch. Ja, nimm die Schaufel, mach das weg. Kriegst einen Apfel. Wunderbar. Ich glaube, das hat sich gerade gereimt, was ich gesagt habe. Und was ich reimt, ist immer gut. Ihr wisst ja, wer hat das immer früher gesagt? Genau, der Pumuckl. So, das sieht aber auch... Was willst du denn hier, hm? Was willst du denn? Willst du mir die Eiche hinlegen? Ich weiß schon warum. Ich weiß schon warum. Ich weiß schon warum. Bitteschön. Da, 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 da. Okay, das sieht ein bisschen hier... Nee, das müsste ich... Können natürlich auch alle Bäume hier fällen und... Nee, das möchte ich ja nicht. Wir sind ja direkt auf unserem hier Haus, das wollte ich schon sagen. Unser erster Unterschlupf. Ist das denn da hinten? Ist das ein Pferd? Ja. Ein bisschen angleichen. Aber so ein bisschen, dass es einigermaßen in Ordnung aussieht. Das sieht blöd aus. Das muss weg. So, es wird auch, glaube ich, schon wieder langsam schummerig. Dunkelheit ist nicht mehr so weit entfernt. Was liegt denn hier alles? So, viele Blumen haben wir auch. Da können wir ordentlich mit Farbe arbeiten. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir gleich mal langsam wieder rein. Vor allem gleich. Oh. Ein Stock mit hier. Und Abel. Ist alles Nahrung. Ei müssen mit. Eier müssen mit. So, jetzt aber schnell die Beine in die Hand und Abmarsch. Das sieht noch nicht so schön aus hier. Da müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Aber das machen wir später. So, das wollte ich ja auch zumachen hier, ne? Nehmen wir hier was weg oder machen wir... Ne, das machen wir zu. Ich glaube, wir machen das zu. Wir wollten ja... Wo wollten wir das denn? Ich gehe erst mal rein. Kann ich auch so schlafen? Ja, schlafen wir mal kurz und schwebend in der Luft. Passiert ja nichts. Machen wir das Loch mal zu hier. Bin ich so raus und... Naja, ich glaube, gespawnt ist da nichts. Meistens spawnt das ja immer erst, wenn der Vollmond richtig oben ist und der Spawn erst. Das war ja eben noch keine richtige Nacht. Weil sonst rausrennen und dann weiß ich ja nie, ob da ein Creeper steht. Wir können das Wasser nutzen, dass es vielleicht... Ne, da reinläuft und irgendwie improvisieren mit... Ne, machen wir nicht, ne? Oh, hätte man verbinden können, ne? Jetzt habe ich das schon ein bisschen zugebaut. Obwohl, wenn da so... Macht er auch nichts. Hm, ich mache es doch noch nicht so. Weiß nicht, ich spiele da noch... Vielleicht auch eine Idee. Das Wasser, wenn das denn da reinläuft? Da rein, ob der denn hier so rauskommt? Das weiß ich noch gar nicht. Muss man mal überlegen. Auf jeden Fall unser Feld. Das kann ich ja schon mal... Sonst können wir schon mal vorbereiten? Das machen wir hier. Das Feld wegen Essen. Machen wir da einmal drum rum. Später legen wir nochmal ein richtiges Feld an. Aber... Ich will ja auch im kleinen Rahmen bleiben. Nicht so groß wieder. Sonst komme ich nicht mehr hinterher. Ne, ne. Und warum sieht das hier so... Der Baum... Okay, das geht noch. Naja, ich weiß nicht, wann ich aufgenommen habe. Ich glaube, 20 Minuten dürften es sein. Vielleicht auch knapp, weil ich habe vergessen, vor dem Timer zu starten. Ich würde sagen, ich komme dann jetzt zum Ende. In der nächsten Folge machen wir das mit dem Feld hier. Also da nicht hier, sondern da hinten. Das Feld anlegen. Bisschen wegen Essen. Und eine Hake craften und so weiter und so fort. So, hier aus Schutzgründen, aus Sicherheitsgründen machen wir das erstmal zu hier. Spinne. Ah, hier sind ja einige Höhlen in der Nähe, ne. Aber ich weiß nicht, wenn ich eine Spinne höre, denke ich gleich sofort, oh, ist hier eventuell eine Mine, wie Giftspinnen und sowas. Könnte ja auch mal sein. Okay, Leute. Danke fürs Einschreiben. Bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist, ne. Und bis zum nächsten Mal, ne. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020